Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 18 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es freut mich natürlich sehr. Vorhin um 17 Uhr gab es ein Video, wo ich euch mein Season 2 vs. Angriff Team vorgestellt habe. Checkt es auf jeden Fall aus, solltet ihr es noch nicht gesehen haben. Heute werde ich wieder ein bisschen vs. Angriff spielen, weil wir müssen ja wieder vorankommen in vs. Angriff, weil jeder wurde ja zurückgesetzt. Ich habe unter anderem Neymar gezogen, habt ihr auch sicherlich mitbekommen in den letzten Folgen oder in der letzten FIFA 18 Mobile Folge. Und ich hatte eben schon mal nachgeschaut, wie für wie viel der Billigste draufsteht. 2, 5, 9 oder so war das. Ich kann ja hier nochmal genau schauen, wie teuer der Billigste ist. Ups, nicht verkaufen, sondern suchen. Dann kann ich jetzt ein Nein auch verkaufen, weil was soll ich mit Neymar im Verein, wenn ich ihn eh nicht spiele. Ich gebe mal 2, 6 ein. 2, 5, 7, 2, 5, 2. 2, 5, 2. 2, 5, 2. 2, 5, 2 nochmal. 2, 5, 2 der Billigste. Also jetzt stelle ich mal meinen rauf für 2, 4, 5, 0, 0. Aber geboten wird ja denke ich mal eh nicht. 2, 5, 9, 5. So mache ich das. Sind es 20.000 billiger als die anderen. Also ja und außerdem, ich könnte auch 2, 5 glatt machen, aber dann sieht es irgendwie so, dann sieht es irgendwie teurer aus. Wenn ich die 5.000 noch ein bisschen billiger mache, sieht es irgendwie ein bisschen besser aus für die Käufer, sage ich mal. Genau so mache ich das, dann geht mein Neymar hoffentlich auch raus. Und ihr seht es ja, ich habe auch noch Ben Semar, ich habe noch Ivan Kavaleiro und ich habe Jesse Lingard. Alle von Season 1. Damit könnte ich ja rein theoretisch noch Spieler bei mir trainieren. Also beispielsweise ein Arne Meier. Den ich hier auf 103 bringen könnte. Mit den Erfahrungspunkten kriege ich den sogar auf 104. Hätte was, ne? Wäre nett, Arne Meier auf 104, aber ich bin mir nicht sicher. Soll ich das machen? Oder soll ich lieber einen Roberto Fiumino trainieren? Da habe ich ja Ben Semar. Ge Kavaleiro bringt jetzt eigentlich fast gar nichts, ne? Also ich könnte auch einen Roberto Fiumino auf 105 bringen. Das wäre somit mein erster 105er Spieler, glaube ich, ne? 105 habe ich schon einen. Ja, KK habe ich schon, okay. Aber Fiumino, weil der wird ja eh nicht ersetzt von mir. Der wird im Sturm bleiben, weil ich den erstens nicht verkaufen kann. Ja, komm, das mache ich mal. Das mache ich jetzt hier, let's go. Fiumino auf 105. Fiumino auf 105. Ja, Ben Semar, hau rein. Tschüssikowski. Bam, Fiumino auf 105. Und die Karte sieht immer noch absolut heftig aus, ey. Der Eurostar-Spieler, Roberto Fiumino. Jawohl, Ski, 105. 104, 104. Also wir sollten, denke ich mal, auch wenn wir noch ein paar Spieler trainieren, vielleicht noch ein paar Skillboosts bekommen. Ja, so irgendwann demnächst vielleicht sogar die 104er-Gesamtbewertung bekommen. Das wäre zu heftig. Das wäre einfach nice. Das neue Team der Woche kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Aber ist jetzt nichts für mich jetzt, sage ich mal, drin. Sandro Wagner könnten wir uns so aus Spaß holen. Aber nö. Coutinho ist dabei. Der ist halt am besten. Costa. Hm, na. Ne? Nö. Also ich hole mir da keinen, aber das Training kann ich ja jemals spielen. Vielleicht ziehen wir ja. Vielleicht ziehen wir ja Roberto. Ähm. Ich wollte gerade sagen, Roberto Fiumino. Nein, Filippo Coutinho meine ich. Vielleicht haben wir ja heute perverses Glück. Leute. Das wäre heftig. Aber über mein Glück kann ich mich ja nicht beschweren. Schaut euch mal an, wie viel Minoli Dinger reinhaut ihr, ey. Bester Mann. Bester Mann. So. 50 Punkte. Wie viel habe ich jetzt? 9000. Noch was, ne? 9100. Ja, also ich spare definitiv auf 20.000, 25.000 Punkten, dass ich mir irgendwann mal einen Meisterspieler da holen kann. So, gegen das Team der Woche spiele ich später, muss ich jetzt nicht machen. Scouting kann ich aber jetzt hier noch reinhauen. Und wenn wir Neymar verkaufen, sollten wir wieder die 10 Millionen Münzen haben. Mal gucken, was ich damit mache. Entweder trainiere ich da mit Spieler irgendwann oder ich investiere das in SBCs, wenn wieder Sonntag neue rauskommen. Oder, ja, keine Ahnung. Oder ich spare jetzt einfach mal auf 30 Millionen Münzen. Oder, 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 oder. Ich hoffe ja auch, dass bald ein neues Event kommt. So ein richtig geiles Event, wo man so viele Coins wieder machen kann. Das wäre nice. EA macht das mal. Ein schönes neues Packstrader Event. Bam. Mit meinem Logo da. Nein, Spaß. Natürlich wird es kein Packstrader Event geben. Also, kann ich noch irgendwas hier an Events spielen? Außertägliches aufwärmen, was ich jetzt hier noch reinhauen werde. Komm. So, Müller. Das muss ich machen. Sechs Ziele, ey. Sechs Ziele, so viele. Vielleicht treffe ich jetzt hier zwei mit einmal. Jawohl. Drei noch. Hier treffe ich vielleicht drei mit einmal. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Nice. Und ich denke mal, jetzt gehen wir rein in versus Angriff. Dass wir jetzt hier noch drei Spiele machen oder so. Jetzt werden wir erstmal rausgegickt. Man kennt doch EA. Nice. Also, freut mich echt sehr. Hier immer rausgeschmissen zu werden. Ja, nice. Also, top. Finde ich sowas von heftig. Kappa. Jetzt lädt das hier. Jetzt komme ich nicht nochmal rein oder was? Och, Mann. Was passiert denn jetzt? Jetzt wieder Verbindungsproblem. Wiss. Und jetzt? Es lädt und lädt und lädt und lädt. Und lädt und lädt und lädt. Ich komme rein. Oh, das ist nochmal mal stark, EA. EA gönnt hier richtig. So, versus Angriff. Let's go. Ich bin bei Pro 2. Okay. Hmph. So. Bonis kann ich noch schauen. Vielleicht kriegen wir ja da auch irgendwie was Neues. 103 gegen 100. 100. Okay. Spielt wieder Dreierkette. Der Koreaner hier. Korea Best. Heißt seine Liga. Also, schauen wir mal, ob wir hier gewinnen können. Drei Bewertungen besser. Heißt jetzt nichts. Der Gegner kann trotzdem gewinnen. Wenn er halt die Tore macht und ich nicht. Aber Müller macht das Erste. Thomas Müller esst Müller wieder. Hey. Das ist doch ein Freistoß. Jawohl. Roberto Carlos. Komm. Hau ihn rein. Ja. Roberto Carlos. Bester Mann. Klubfarm. 3-1. Nein. Das wäre schon fast die Vorentscheidung gewesen. Drei Tore Vorsprung. Ja, ist klar. Eckball mache ich natürlich wieder nicht rein. Und das kostet jetzt enorm viel Zeit. Was macht denn Firmino? Alter. Drei Zwei. Und er hat Ballverlust. Danke. Und kriege ich hier auch mal eine tolle Chance? Nee, kriege ich nicht, ne? Ja, jetzt. Danke, ey. Komm, Ronald. Mach das Tor. Er macht ihn nicht. Ich kriege eine Ecke. Och man, ich versau mir das hier. Alleine. Ich mach natürlich die Ecke nicht rein. Roberto Carlos, komm, hau ihn wieder rein. Ich glaub, das war zu stark, oder? Nein, der geht perfekt rein. Roberto Carlos. Freistoß Gott. Definitiv. 3-4. Das wird spannend. Kaka muss das Tor jetzt machen. Klubfa. Und der geht rein. 5-3. Und der Gegner hat das 5-4 gemacht. Aber das soll jetzt hier eigentlich ausgereicht haben. Auch wenn es eine schwache Vorstellung von mir war. Aber ich hab trotzdem gewonnen. Ein Tor reicht ja bekanntlich auch aus, um zu gewinnen. Bam. So, Aufwärmenpunkt der Spieler. Bla, 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 bla. Schauen wir mal auf Bonis. Hier, gehen wir mal auf Bonis. Schauen wir mal. Die SBCs habe ich alle gemacht. Im Stream. Ja, hier. Alter, ich kann so viel abholen. Zwar sind das nur Erfahrungspunkte und kein Spieler. Aber immerhin. Immerhin etwas. Nehme ich natürlich auch gerne mit. Die Versus-Angriff-Erfahrungspunkte für die Versus-Angriff-Spieler. Beispielsweise für Jamie Vardy. Oder für Kalulu nochmal. Ja, obwohl Kalulu wäre dumm. Der hat ja schon 97. Ja, schauen wir mal. Für irgendwas werde ich die wohl einsetzen. Hier kriege ich. Hier kriege ich 3 Goldspieler und nochmal 2, ey. Also die wird es dann morgen geben in der Folge. Denke ich mal. Und ein Versus-Angriff-Spiel machen wir auf jeden Fall auch noch heute. So, bam. Haben uns die Skill-Boost-Karten was gebracht? Ich denke nicht. Aber nochmal nachschauen. Nö. Aber ich habe immer noch so viele Karten, die ich hier verbessern kann. Aber ich will meine Winzen eigentlich nicht ausgeben dafür. Ich warte erstmal ab. Ich warte erstmal ab. Wir gehen rein ins nächste Spielchen. Let's go. Und ich will natürlich auch wieder gewinnen. Und mein Ziel ist es auch wieder Legende zu kommen. Ich habe mir vorgenommen, in Season 2 mehr Versus-Angriff zu spielen. 96er Gegner-Team. Das sehe ich gerne, weil das ist eigentlich ein safer Sieg hier. Weil der Gegner sogar Konter-Angriffe hat. Belastend. Guglermo. 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 Und er denkt sich jetzt auch WTF-Fiamino. Oh, das hat er gut pariert hier, der Tata-Rosanu. Der 5-Meter-Mensch gefühlt. Und ich hoffe, EA baut in FIFA 19-Mobile so eine Torliste ein. Also so eine Tor-Statistik. Wie viele Tore die Spieler jetzt geschossen haben. In wie vielen Spielen und so weiter. Das wäre echt nice. Ich würde echt mal gerne wissen, wie viele Tore bei mir der Müller hat. Wie viele Tore KK. Wie viele Tore der Roberto Carlos hat. Weil es kann ja... Roberto Carlos macht nur Freischlust-Tore. Weil was anderes kann er ja nicht machen. Obwohl kann er schon. Aber ich habe ihn noch nie mit einem Longshot hier gesehen oder so. Weil ich ihn halt nie im Ballbesitz habe. Beispielsweise in Versus-Angriff. Bei Kampagne schon. Ja, da kann man ja nach vorne sprinten mit Roberto Carlos oder so. Aber hier in Versus-Angriff haben ja nur die, sag ich mal, die Mittelfeldspieler-Chancen. Und die... Okay, Abwehrspieler auch bei Ecken. Aber am meisten natürlich die Stürmer. Das ist ja auch klar. Also Flanke in die Mitte. KK an die Latte. Aber es ist, denke ich mal, schon durch hier. 6-3. 10 Sekunden kann der Gegner schaffen. Aber ich glaube nicht, dass er es schafft. Weil ich hier nochmal das 7-4 mache. Ja, ja, meins. Ja, ja, meins. Hey, meins. Was laber ich hier? Was laber ich hier? 7-4. Wir gewinnen. 7-5. Okay. So kann man es auch stehen lassen. Ich würde sagen, das war es von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns natürlich beim nächsten Mal. Das ist ja klar. Jungs, Mädels, Skywalker. Das war es. Checkt das Video aus, was wir heute noch denken haben. Das war es dann jetzt hier von mir. Auf rein und tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.